An mir taugt der Kreml, das ist ein richtig guter, der ist im Zweikampf super, wie er den abläuft, Körper zwischen Ball und Gegner, ein Rutscherl großartig und dann sich feiern lassen, das wollen wir sehen. Musik 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 Treiml mit vorne Ja, das hat sich rentiert, da bleibt was liegen! Da staubt er was ab, der Innenverteidiger. Ja, da ist die Chance und da ist der Anschlusstreffer. Leo Kreiber mit vorne dabei, 67 Minuten gespielt. Jetzt ist die Partie wieder richtig spannend. Musik 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 Super verteilig von Kreiber. Super verteilig. Wir sofort wieder in Richtung. Kielini, Kielini, kannst du dich erinnern? Musik Guter Zweikampf am Greimel. Sehr gut gemacht. Dieser Reimel ist mal von Greimel gestoppt. Gutes Verteidig. Zinitta-Somosleim von Leo Greimel. Renner. Und Greimel. Und er läuft. Und Maribu. Und er bleibt. Auch Greimel-Hänger. Sucht Balic. Und Greimel klärt. Leo Greimel schaltet sich einmal in den Angriff mit ein. Initiert. Eine gefährliche Quetsche von Greimel, aber wenn sie es ausgeht. Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017